Die Wahrscheinlichkeit wird in der Vorstreppe größer, als wenn ich aus dem Winkel schieße. Komm schon, Flankers, gute Männer in der Box! Jaaa! Er macht keine Show, ja? Sind die nass? Ein bisschen. Ja, sind sie mit, dann gibts noch einmal zu. So, die Jungspunde tragen auch fleißig die Klamotten. So, der Weg vom Trainingsplatz bis ins Hotel. Mit einer Driving Range. Da steigen wir manchmal in so Caddies ein, wenn das Training dann doch zu anstrengend war. Oder wenn der ein oder andere die Zeit verplant hat und dann nochmal schnell vom Hotel zum Trainingsplatz schnell draufsteigt, damit keine Strafe in die Mannschaftskasse kommt. Da freut die Mannschaft sich immer drüber, wenn da doch ein bisschen Geld eingefahren wird. Damit wir am Ende der Saison auch gut was zu lachen haben. So, meine Aufgabe ist erfüllt. Ich übergebe den Stab am Lieb... Der Stab ist sehr unbeliebt. Also, wir haben gerade Jeff seinen wundervollen Platz hier gefunden. Das ist Jeffs Lieblingsecke hier aus dem ganzen Ding. Ja, Jeff, das war deine Lieblingsecke also. Ich bin ja eigentlich nur wegen dir. Ja, Jeff, alles gut. Mal gucken, ob wir Jeff nochmal hier reinkommen. Kilian, komm! Einer von euch beiden muss. Schicksalschnuck. Ah, Mert ist Macher einfach. Check. Mert ist ein Macher. Ja, die anderen Bullenreiten haben wir leider nicht mit der GoPro gefilmt. Jetzt kommt Mert Götzkan. Ich darf nicht. Heide. Heide Mert Götzkan. Er feuert dir mal was an jetzt hier. Hüg, ich stehe röntgen. Du, ich stehe röntgen? Die Röntgen. Du, ich stehe röntgen. Du, ich stehe röntgen. Du, ich stehe röntgen. Du, ich stehe röntgen. Alter, das ist immer noch outra. Woow, woow, woow. O, woow, woow. Das ist leichter, ne? Mann ist's. Oh nein! Ah ah. Wow. So meine Freunde, jetzt sehen wir mal den Mokka beim Basketballspielen, sieht gut aus. Ein Mokka macht doch mal die Augen auf, Junge. Hier sehen wir einen Profi, da wieder Hitter, aber der hat auch Riesenprobleme. Hier sehen wir einen sehr, sehr schlechten Basketballspieler mit Philipp Hanke. Der hat den Airball daneben. Oh, Hanke, 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 wir gehen mal weiter. So, hier sehen wir nochmal bei Mokka, Mokka hat erst 26 Punkte. Mokka kommt doch so langsam aus dem Aus, der da saß. Mokka ist raus. Hat die Punkte alles erreicht. Schmerz! Mokka, der wird nicht! Mokka, der wird nicht! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, I'm too old! Oh, I'm too old! Oh, I'm too old! Bravo! Womit? Da oben! Charlie? Bull riding? Du? Ey, warte, die Beine auch! Die Beine fest! Warte, zieh noch! Nimm noch! Ja gut, so, so, so! Nein! Du musst dich halten! Wir dürfen nicht, nur Kinder! Noch eine neue Chance für Charlie! Und dann nimm das Ding ganz unten! Wie unten? Noch unten! Hier? Ja, genau so! Ich wollte Riesenrad fahren, mit mehr Themis! Ganz romantisch! Aber, wir haben leider gesagt, nur für Kinder! Schade! Noch unten! Noch unten! Ja, so! Ja! Du lässt ihn beschlossen! Mokka! Mokka, komm! Einmal! Einmal! Komm, komm! Komm! Hey! Aber stark, Bro! Unsere zwei Top-Stürmer, Macheta und Benchop, die treffen überall einfach! Richtige Scharfschützen! Keine Chance! Keine Chance! Keine Chance! Falsch jemand fragt, ja, das ist Philipp Hanke und er kann auch sprechen! Keine Chance! Keine Chance! Keine Chance! Wenn du drauf bleibst, steigen wir noch auf! More! More Power! More Power! Das ist gerade Stufe 1! Halt! Halt! Boah, der Heiß ist... Hey! Bravo! Mach gut, ne? Ich hab' mir geh'n. Ich will nicht machen! Ich werde so! Aber, ich hab' nicht geschuldig hier in dieser Schampe... Wir gehen jetzt Autoscooter fahren! Ich hab' alles da oben, mein... Mir ist Timis! Samian macht Chetta! Schalte den Mannschop! Philipp Hanke! Kevin Püttlück! Fatih Terim! Was ist das denn? Muss auch ein bisschen Spaß haben im Trainingslager hier mit den Jungs! Jetzt gehen wir Autoscooter fahren! Liegt ja auch mal bei dir raus! Ja, was soll ich noch alles nehmen? Wohne Scheiß! Ich schwör, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12... Da haben wir immer noch 10! 2 Euro? Alles 2 Euro hier, ne? Die, let's go! Kommosti? Noch 14! Ja, ja, ich verstehe! Der gibt mir alles! Ich verdiene noch jetzt alles! Danke, Fatih Terim! Which car is the best? Oh, Damian Macheta! So! Was hab ich? Was hab ich? Was hab ich? Oh, Teufels! Was? 16, Kurva! Ich will 23 haben! Hanke, nimm die 10! Hanke, nimm die 10! Hanke, nimm die 10! Bremse Jock! Bremse Jock! Bremse Jock! Oh! Ey! Ey! Ey, warte mal kurz! Was ist das hier? Warum ist denn hier links das gerade? Hallo! Ey, wieso fährt der rückwärts? Hey, hallo! Ey, Schiri! Ey, auf Damian! Auf Damian! Hey, Timis! Mach keinen Fehler! Ey, Abi! Wie ist Jock? Hey! Hey! Oh, oh, oh! Hey! 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 Wer hat gewonnen? Ich natürlich. Pity hat gewonnen. Wie viele haben wir noch vertelt? Ha? Ha? Aha, vorbein, ne? 0 0 10 20 20